Und wieder zurück bei Quasar mit dem Sherbrock. Hi. Hallo. So, wir wollen ja gleich direkt mal weitermachen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und zwar in der leichten Saison quasi. Und wir sollen ja quasi PvP, zumindest ich soll, gewinnen mit Geschützen. Der Sherbrock hat jetzt eine ganze Weile rumgebastelt. Gelegt mal die Spannwette daraus. So, klar. Wenigst eine halbe Stunde hast du hier bastelt. Ne, 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 ne. Eine karte Stunde. Eine karte Stunde. Das war die Kaffeepause. Quatsch, aber keine Kaffeepause mehr. Ich bege mal in Spannwette was da bastelt hat. Ne, das ist jetzt noch nicht. Das ist, das siehst du noch nicht. Das wird erst dann... Warte, 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 was? Was hast du denn so lange bastelt? Das siehst du jetzt noch nicht, das ist ein Fahrzeug, das ist, das ist noch im... Ach, ist noch in der Mache. Ne, ne, es ist schon fertig gebaut, aber das kann ich jetzt nicht nehmen, weil ich da paar PS zu viel hab. Wie wärst du denn dann? Äh, 8-6 8-6, na das passt doch Ich muss ja da quasi noch ein Gefecht gewinnen Und danach könnte ich ja auch was anderes nehmen Was ja ein bisschen höher ist Und dann könntest du ja quasi Mit deinem Ding da reingehen Ja, das klingt jetzt aber ganz komisch Ja, sorry Was wolltest du? Ich glaube, das möchte keiner Wenn ich da mit meinem Ding da reingehe Aber du gleich wieder denkst Naja, also ich Werden die anderen vielleicht auch denken Mit so einer Nee, nee, das ist jetzt Okay, jetzt weg, du Du pass mal auf hier mit deinem Kürbis, ja Ja, das ist mein Kommandantenkürbis, ne Du, kriegst du da eine hier Hast gut so viele Schüsse, dann haben wir Dann gewinnen wir es wieder, weil du mit der Munition fährst Nein, ich habe noch 24 Schuss Aha Ui Also ein kleines bisschen halt noch da Wo bleibst du denn? Ach, die Wurzeln dort hinten Ich habe, äh, ja Ich habe da mal versucht, ein bisschen was zu treffen, aber Ah ja Es war ein Versuch wert Was machst du da? Ich lasse es bitte regnen Ach so, aua Hola, die Waldfee Ähm Da habe ich einer die komplette Seite abgeschossen Naja, siehst du, da wird es leichter Der schießt doch fröhlich weiter Aber wir müssen gewinnen, ne Ja, 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 wir müssen gewinnen Und ich sollte mal was treffen, damit ich wenigstens ein paar Punkte kriege Hab was, ich mache immer nur 93 Schaden, was hat denn der für eine Panzerung? Jetzt Au Au Ey, doch Briegt mir gerade nichts, wenn wir jetzt hier winnen, ne? Also ich habe ein Kill gemacht, an mir laufs, ne? Das ist eh nach wie schön Ich habe noch keine Punkte hier rissen bisher Also nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, okay, das könnte reichen Äh, ja Oh, das war's glaube ich Oh, da stehen wir Alter, was hier gerade alles entgegen ist Zweimal der Mammut, zweimal der Tsunami Diese 36 Punkte hätte ich nur gemacht Die Mammut habe ich noch leuchten sehen Die Mammut, aber dann war ich, dann war das Spiel schon vorbei Die Kugel hast du noch fliegen sehen Naja, also du hast wirklich richtig gut getroffen, muss ich sagen, so Hättest du mal so viel gemacht wie ich, dann hätten wir's vielleicht gewinnen können Äh, was hast du denn gemacht? Ach, zwei Kills, wow, abstaubbar Ich habe zwei komplette weggeräuchert Räuchert? Ja, weggeräuchert Schmecken die jetzt besser? Hm, die, nur, du musst, vermute ich mal Achso Die war nur geschockt, also die haben den Krieg gekriegt Mein Fahrzeug ist eindeutig so schwer Siehste Wie ich sagen Naja, 18 Tonnen oder so, was das wiegt Also bei uns sind die stärkste Bots Peter Achter Peter, lass den Peter in Ruhe Lass den Peter in Ruhe Nimm hier den Orlando oder sowas Achso, ja Dass die Bots Und wir jetzt den Gegner hier erinnern, so dritt, ja Äh, du, du hast was abgekriegt Äh, ich wollte eigentlich gar nicht herfahren, aber ich bin mal hierhergefahren Ey, das sind alles nur Bots? Ne, außer der da, okay So, ich bin weg Okay, äh, ja, ich brauche, ich brauche gar nichts mehr machen eigentlich Kann er gucken, ob ich hier noch ein bisschen was erhören kann, aber so, das war es dann aber auch glaube Au, 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 au Okay, zumindest hat er ein paar Punkte gemacht Au, au, der Poein Der Poein hat es geschafft Der Nikolas Ich gucke den Nikolas zu Oh, der Nikolas, natürlich Was wir nennen nur, Kirsten, Peter, Nikolas Aber sind das nur Bots unterwegs da? Ne, ne, bei uns ja Also bei uns ja, wir haben jetzt nur einen Einen, dann hast du den Bots Okay, dann gucke ich dem Peter zu Was macht der Peter da? Also ich gucke Nikolas zu, der hat schon zwei Kills Wie ist denn aus mit Nikolaus, schieß doch mal Mit den Dreiecksel, der hat gerade Ja, gut, okay, Waffen, ist okay Es kann nicht mehr schießen Das ist munitionslos Oh, was, hat ja nichts da ab So, was soll ich nicht verlassen Er, 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 Peter gehabt Aber der macht drei Ah, dann wird er wieder eine Nullrunde Hm Peter, mach doch mal was Oh, Peter, hab ich schon Ne, Peter, nicht raus von Nein, Peter, ich fährst nicht raus Peter ist ein cleverer Bot Ja, ich weiß Er geht jetzt auf Gegnersuche Und kippt jetzt um Ja, ne, umdruf Arlich, jawoll Oh, herrlich schlecht Was war das denn? Hättest du mal bei Nikolas bleiben können Das kannst du mal gucken, wie er aufgebaut ist Relativ einfach Also, irgendwie Sehr einfach gestrickt, der Kleiner, ja Hat aber trotzdem drei Echse drauf Naja, der hat hier In der Halterung für uns Und die drei Echse, sie sind miteinander verbunden Ach, nee Ach, Peter Ui, jetzt Na, du brauchst, du brauchst auch nicht mehr schwingen Aber Peter war der Letzte Na ja Oder das Letzte Ja, wie du gesagt Bei uns waren die Stärksten die Bots Aber ohne Gleiter in die Gänse Guck mal, Niko, das ist der Erste Na ja, der hat uns Ach du Scheiße, ey Ach Mist Warst du normalerweise gar keinen zeigen, ne? Ne, ne, aber wir haben es gezeigt Ach, Hilfe, Hilfe Wir geppen auch den Botschancen, aber ne, ja gut Ah, das war nicht Wir sind einmal, wir sind ein, ein, diesmal noch Kann aber nicht so schwer sein Da, da gewinnt doch, mach doch mal was Da sagst du nichts mehr zu, ne? Ich hatte vor uns meine hohen Momente Jetzt habe ich halt keine Momente gehabt Hast du deine Momente, ja? Ja, ich habe keine Momente mehr Jetzt ist es vorbei So, Abigail wird es richten Ne, Abigail ist raus Na gut, warte Wir haben gar keinen Potman Die haben noch einen Die haben noch einen David Ach, da fliegen schon wieder Der Harrygans Ja, aber das ist auf unserer Seite Ja, wir haben zwei davon Ach Mensch, der wird jetzt hier Tabak brauchen Da neben, da neben Ich hier kann den Ding Den kömmlichen Taka-Tak Den hatten wir glaube ich Letzten Ja, den Taka-Tak Irgendwie sorgt er mir was Taka-Tak Ja, möglich Das war die, glaube ich Bleib mal bei uns Ein bisschen so In unserer Hälfte Ach man ey, das sieht doch jetzt schon wieder kacke aus Oh, der Typ hat schon wieder zweimal De, 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 de Thunderbolt und Rotz mich komplett weg Ja, ich habe 44 Punkte gemacht Das habe ich noch gesehen Ich glaube ich werde das Fahrzeug löschen Das ist eindeutig zu unbeweglich Dann nimmt doch mal ein neues Was ich da gebaut habe Das ist sehr beweglich Ja, da habe ich auch noch keine Geschütze drauf Also das müsste ich Aber das würde dann wahrscheinlich Das Leid zu viel Was zu viel? Bewegung Ach nein, das ist gut Bewegung ist gut So, ich habe meinen Kill Das ist gut Dann gewinne ich jetzt auch bitte Äh, äh Ja Ja, dort können wir drei Fahrzeuge Alleine Vier Fahrzeuge Angeworben auf der anderen Seite Ja, das Machst du bitte weg Mhm Hinter dir Ah, das ist der Typ hier Der mich auch hatte Okay Hatte Okay, meine Waffe sind weg Welcher wird da gerade wieder kein Sieg Das sehe ich doch Dann wechsel doch mal das Team Ja, mach ich jetzt auch Gleich, wenn hier Raster kaputt ist Die sind da eindeutig irgendwie Oder wir sind zu schlecht Naja, das liegt dann am Kaffee Müssen ruhiger werden Ich bin viel zu hektisch Meinst du? Ach nee Nee Also ich hatte ja einen Kill Also ihn hatte Nee, aber irgendwie Keine Ahnung Ist da gerade der Wurm drin, oder? Wenn ihr das so seht Das Teamverhältnisse Guck mal Wir haben nicht ein einziges Über 8000 Wäre nichts auch Aber Ja Und da hängt drüben Mindestens zwei, drei Mit über 8000 drin Also ich gehe mal zurück Und starte nochmal neu Ich will jetzt mit der Kiste Will ich jetzt noch ein einziges Mal gewinnen Oh, ich Ich muss mir nicht anzeigen Wenn das Misty gelevelt ist Ähm, achso Ich würde gerne diesen Weiterleveln Äh, da fehlt es aber noch um einiges Na gut Ich halte nur drei paar Raketenwerfer drauf Und dann geht's ab Statt den Granatwerfer Hast du nicht auch eine Hurricane? Kannst du nicht damit auch mal losjagen? Ja, ich habe eine Ja, ja, ja Echt? Eine habe ich Stimmt Eine habe ich schon mal gesehen bei dir Oder deinen Zug hat es Deine Lok Ja, die Lok Aber die ist jetzt nicht mehr da Hat sich ausgedampft also Ja, und ich muss erwarten Ich brauche noch ein paar Materi- äh, paar Äh, paar Sagt man schon? Ein paar Materialien Also über andere Bauliche Veränderungen Und da nimmt die mir momentan Bloß Platz weg Die wird wiederkommen Aber in verändeter Form dann Momentan nimmt die mir bloß Platz weg Achso, okay Danke Boah, ich hab getroffen Boah Du tust ja gerade so Als wenn es selten wäre Naja, aber Ich habe einfach blind reingeschossen Achso Da stand noch nichts Auf der rechten Seite Müssen sehr viele Leute stehen Okay Ja, stehen sie Ich komme hier gerade nicht Wirklich zum Schießen Und die stehen da gerade so Mensch Vorne vor Auf Angriff Angriff Du Mega hat mich gebremst Mega 1 Da hast du einen Unsichtbarer Ja, der hat schon ein bisschen geschockt Der hat explodiert Der auch Abgestaubt Abgestaubt Ist egal Okay, kommt Ich hab extra weggemacht Ich hab extra weggemacht Ich hab extra weggemacht Doch, 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 doch Hat jeder gesehen Nein, ich hab schwarzbild gemacht Schwarzbild Achja, hast du einen Balken drüber gezogen, ne? Ich hab mich ja, ich hab mit dem Ja, ich hab' noch den kill Wenn's klappt Nein Nein, hast du nicht Okay Jörg, jetzt kommen wir auf die Garage jetzt haben wir fertig die kiste so jetzt kannst du jetzt jetzt kannst du dein dein anderes ding nehmen was du jetzt so lange gebastelt hast nämlich nicht mehr gefällt mir vor wie viel ps war das achten halb jahr oder 86 oder so was ja es war 86 86 okay was habe ich denn da was am nächsten dran ist wir haben einmal das ding 86 okay ich habe 89 und ich habe das hier um kommt das geht hoch da ich schon nicht veracht das habe ich noch nie ausprobiert die kiste die kiste ja eine kiste ach so siehst du da müsste ich noch mal was ändern da kommst du das ist doch naja was denn was nein ich sag nichts nein ich sag mal meine belohnung abholen jetzt können wir 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 wenn ich nicht will ja ich weiß ja die andere kiste hatte glaube mehr paus genau so viel glaube ich ja aber ich mag ich wollte das fahrzeug nicht mehr nehmen heute mal was neues ausprobieren und zwar die kiste die mir gestern gezeigt dass nur umgebaut ein wenig mit den zwei mit den zwei decken vorne und sind genau schweinehund und wir haben 11.000 noch 11.000 was ist da ist noch was wir haben einmal eine klicke wir haben zweimal was die klicke hier oder ein fahrzeug übrigens was ich da gerade nutze ja ich will die bergform ok ja mir hat halt quasi ein bigfoot reifen hat mir noch gefehlt warum mache ich da jetzt ein kleineres rad genommen das hängt jetzt die ganze zeit in der luft also das ist eigentlich total über mhm ja nein nicht getroffen schade so jetzt hat man getroffen jedoch die hessischen rocket die jungen so eine was den gegner hat alles klar nein er hat gerade mein dings weg ist die ich gleich wieder die ich gleich wieder ja ich bin weg habe ich noch den krieg kommt der explizit oder noch ich habe genau sein apollo generator getroffen quasi ja ich habe mich selber durch das ich mache ich habe keine wahren gewinnen mit sechs die eger sich trompeten dass ich wieder reinfolge guck mal bei uns in der statistik so wird das nix hier mit die bin ich will wieder zurück da gibt es doch zu ich würde gern gewinnen hast du nicht doch mache ich gern jetzt weiß ich es weiß was fehlt aber es egal mir fällt noch im benzinfass deswegen deswegen ist mein power hast du da eigentlich in deiner konstruktion hast du da auch eins verbaut weiß das jetzt gar nicht was der die 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 färben eigentlich worden zwei drei das ist richtig ja das heißt mich am anfang wer sieht also eigentlich war das wäre ja drin ich schieße einfach mal auf glück vielleicht die trafik aber dahinten ok zumindest möchte ich mal mein original ball berg angucken war der denn oh ich habe was ich hoffen da hinten ja geil auf sind aber die alle direkt die gegner ja ich habe mir direkt vorher keine angleiche mhm Nein, hat er gesehen, der Lump. Oh, ich bin weg. Äh, ja. Wir haben da einen inaktiven heute. Ja, genau, ja. Kann das sein, dass es sehr unausgeglichen ist? Dass wir gerade mal 1-1 hier weg haben? Ja. Naja, irgendwie... Ja, die haben auch eine gute Taktik gehabt. Die haben sofort Druck gemacht. Also ich habe schon mal die Schwächen meines Fahrzeuges erkannt. Okay, welche? Die Waffen sind weg. Äh, ja. Oh, hier, der Polizei-Mensch. Baut er gerade. Ja, der am Gegner oder der bei uns? Beide Gegner. Ach man. Hätt sie auch besser sein können. Ja, ich hätt besser sein können, genau. So, ich fahre mit dem Fahrzeug noch einmal. Ja. Und dann... Dann ist die Folge zu Ende. Was, schon? Ja, ja. Na, dann ist gut, dann kann ich ein neues Fahrzeug sein. Ja, also irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie war das gerade immer Zielschissen. Ja, deine Waffen werden bestimmt relativ schnell abgeschossen, oder? Ja, aber das geht eigentlich. Die Wurzdinger, die... Relativ... Wir halten länger durch als die Kriegen. Irgendwie ist die Kriegen im Ruhmzug weg. Ja, komm, Raketen, Vorsicht! Gut. Ich hab's alle gefressen. Schön. Obwohl, ob meine Waffen sind noch drauf. Ich hab's alle gefressen. Oh, wie sieht das... Erwin Kane, oder was? Ja, ja, aber ich dachte, die kömmlichen Gestelle hier fängt das ab. Fängt nicht ab, ja. Kannst du voll durchschießen, ja. Krap, ja. Das wär immer ne Erwässerungssache. Ich kann doch nicht durch den Gottenthal durchschießen. Ja, ja. Ich steh dahinter und meine Schüsse gehen dahinten durch. Was machen die, die hier vorne? Nein, 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 immer noch. Fluchte Axt. Aber, war das Katmähle schon drin, oder hat das noch? Das hab ich, das hab ich nachträglich reingebaut. Ja, ich sah, das ist ja so, kannst du da, du hast ja genug Energie übrig, eigentlich. Ja, ich hatte, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich hatte sogar viel Energie über gehabt. Und mit viel Energie konnte ich aber nix wirklich gerade anfangen. So, bei mir wird's gleich gewesen sein. Darum hab ich... Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Die, die... Also, die müssten wirklich echt die Strukturen mal ein bisschen so verfahren, dass die die Raketen jetzt durch den Gottenthal durchschießen können. Komm her, hier. Ich nehm dich mit. Ich nehm dich mit in den Tod. Oder auch nicht. Ich hab ihn hingelegt, Bambi, mach ihn weg. Okay. Warte, ich drehe. Jetzt ist er weg. Ist wahrscheinlich. Au, 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 au. Nein. Das war dein letzter Schuss, will ich nicht. Ja, aber der Gegner wurde noch sehr stört. Und unsere Netzhiesersorge. Ach, mach das drauf, geh weg hier. Ach so, ja, ich wollte an der Garage... Eigentlich mag er das Fahrzeug, das ist ja toll an sich. Halt, hier verlierst du mal mehr. Judi, meine Freunde, nächste Folge dann mit mehr Motivation. Schau, bitte, ja. Ja. Ja, 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 mach doch. Hast du eventuell Lust auf 7,5 zu fahren? Ja. Ja. Ja, da hätte ich nämlich auch noch ein schönes Fahrzeug, auch mit der Phoenix. Ja. Gut, dann machen wir das. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich fahr mit Null, geht das? Ja. Ich fahr mit Null, das geht. Ja, mach's guti, bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020